Hallöchen! Heute gucken wir uns mal wieder ein Mikrofon an. Diesmal ist es auch wieder von Fifine und auch wieder ein dynamisches Mikrofon. Das Mikrofon, was wir jetzt hier auspacken, ist das Fifine K658. Ein dynamisches Mikrofon von Fifine, was momentan noch das High-End von denen ist. Vor ein paar Tagen ungefähr haben sie auch noch das Fifine K688 rausgebracht. Das ist sehr ähnlich von der Optik her und generell ist es anstatt wie hier nur mit USB-C, hat es da USB-C und XLR. Das, was sich jetzt in der Packung befindet, ist einmal natürlich das Mikrofon, dann noch das Shock Mount, dann natürlich noch das USB-C Kabel, also USB-C auf USB-A, einmal noch ein Ständer und einen 3.8 zu 5.8 Gewindeadapter. Damit das Video nicht so unendlich und unnötig lang wird und ich irgendwelche Sachen über das Mikrofon erzähle, die wahrscheinlich auch nur 1% interessieren würden, haue ich einfach nochmal ein paar von den Specs raus und so die technischen Daten und dann gleich auch nochmal eben eine Frequency Curve. Und am Ende geht es dann natürlich zu den Soundtests. Das Mikrofon ist, wie schon gesagt, dynamisch, das heißt, es fokussiert sich quasi auf einen Punkt, also ihr müsst auch von oben reinsprechen, anstatt bei Kondensatoren müsst ihr ja von der Seite reinsprechen. Also darauf solltet ihr schon achten, sonst, naja, geht ziemlich viel Qualität und auch sehr viel Lautstärke flöten. Der Vorteil bei einem dynamischen Mic ist jetzt aber, dass man nicht wie bei einem Kondensator so alles aufnimmt, was ja auch quasi der Sinn eigentlich ist, weil Kondensatoren schon irgendwie eher so für Studios gemacht sind oder für Home Studios. Also wenn man jetzt zum Beispiel entweder einen ganz kleinen Raum hat, wo es kaum oder gar nicht hält oder man halt ziemlich viel Dämmung, also so diese Isolierplatten oder diese Wandpaneele hat. Die Sample Rate des Mikrofons liegt bei 16 Bit bzw. 48 Kilohertz. Die Frequency Response liegt bei 70 Hertz bis 15 Kilohertz. Das Signal Rausch Verhältnis bei minus 70 DBA. Der Grenzschalldruck liegt bei 110 dB. Die Sensitivität bei minus 50 und so minus plus 3 dB bei 1 Kilohertz. Und die Rauschäquivalenz bei minus 77 dB. Und für die Leute, die nochmal den Frequenzgangsgrafen sehen wollen, den blende ich mal eben hier ein. So, das ist jetzt der normale Abstand zum Mikrofon, mit dem ich normalerweise beim Zocken oder generell im Talk sitze. Und ja, dann gehen wir erstmal in den ganzen Soundtest rein. Ich habe einige Entfernungen und noch Anwendungsbereiche abgedeckt. Das hier ist jetzt das Mikrofon mit 100% Gain und dem normalen Abstand, also auch demselben wie gerade. Und ich vermute mal, dass dabei schon einiges an Rauschen mitkommt. Test 1, 2, 3 10 cm Abstand, Test 1, 2, 3 10 cm Abstand. Test 1, 2, 3 20 cm Abstand, Test 1, 2, 3 20 cm Abstand. Test 1, 2, 3 50 cm Abstand, Test 1, 2, 3 50 cm Abstand. Test 1, 2, 3 80 cm Abstand, Test 1, 2, 3 80 cm Abstand. Test 1, 2, 3, 1 Meter Abstand, Test 1, 2, 3, 1 Meter Abstand Jetzt kommt einmal der Typing-Test mit 40 cm Abstand von mir zum Mikrofon und 55 cm Abstand von der Tastatur zum Mikrofon, die unter dem Mikrofon liegt Dann tippen wir einfach mal rum und sagen einfach ein bisschen was dabei Test 1, 2, 3, ich tippe gerade ein bisschen rum auf meine neuen QK65 mit Tangerine Switches und GMK8008 Und ich tippe immer noch ein bisschen mit meiner Spacebar, Enter, Backspace und ein bisschen weiter tippen Test 1, 2, 3 und Test Ende Da wir nun am Ende angekommen sind, muss ich sagen, das Mikrofon benutze ich jetzt schon seit etwa 2 Monaten Fifine hat es mir natürlich netterweise zur Verfügung gestellt und ich werde wahrscheinlich auch gerade deren K688 testen, wenn das funktioniert Denn das ist ja momentan noch nicht in Deutschland verfügbar Und sonst insgesamt zum K658 Die Mikrofonqualität ist ganz gut Es gibt leider besseres für 100 Euro 100 Euro ist relativ viel Für ein Mikrofon geht es jetzt Also vergleichbare Dinge wären ein Samsung Q2U oder ein MB88U Plus Oder zum Beispiel auch ein XLR Combo mit dem XM8500 und dem Complete Audio 2 oder bzw. R1 Weil die meisten brauchen wahrscheinlich keinen zweiten XLR Anschluss Wenn ihr noch Vorschläge habt für Dinge, die ich reviewen soll oder mal vergleichen soll Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt und den Content vielleicht mögt Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr auch gerne ein Like da lassen Und adios